Nein! Oh, heute spielen wir Brawl Stars! Schau, wie das ist! Aber heute mit meinem Bruder! Da ist der, da ist Mr. P.D. So, die kriege ich! Boom! Schäber, schäber! Nein! Und ich krieg den! Jo, ich hab den gekriegt! So, ich krieg Boom! Droh, nein! Ich kriegste, ich kriegste, ich kriegste! Einmal draufklicken! Bring sie um! Nein, das zweite, wir haben schon vorher ein bisschen gespielt, aber ja! Videos! Die kriege ich! Brauche ich noch gar nicht! Nein, 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 wir sammeln die hier! Boom! Dann hab ich nicht eingesammelt, aber ich mach Brawl Stars wegen Action! Wie geht's euch dabei? Geht's nur um Belohnung oder eher um das Spannen und den Spaß? Bring sie um, bring sie um! Okay, ich krieg, ich krieg sie schon! Ich krieg sie! Boom! Ja! Brawl vorbei! Was? Ja! Das ist Magie! Okay! Ich bin bereit! Okay! Ich bin bereit! Okay! Ja, wir sind wieder zusammen! Da haben wir, glaub ich, einen Arabi oder einen Eltern von Ähm... Iran oder so! Aber nice! Schieb den auf alle! Ich hab so wenig Entschuldigung! Boom! Oh nein, da war jemand dabei! Jemand auf jeden Fall! Den krieg ich! Boom! Nein, nein, nein! Nein! Die Führung! Gehst du durch! Ich denk... Hans, das ist durch! Ich denk... Ich installiere! Warum? Es ist so zu hoch! Ich hab ein Liter genommen! Also eine Schlimmerin von Liter! Falls, schau mal! Ich krieg sie! Wo sind sie? Bin immun! Bin immun! Bin immun! Bin immun! Ich krieg den! Ich krieg den! Boom! Der ist down gegangen! Und den hier noch! Boom! Und den! Boom! Ja! Gut machst du das! Kommt auch auf den Brawler an, Paul! Wenn du's wissen willst! Ja! Du kannst einen anderen Brawler nehmen! Dann stirbst du nicht so oft! Den krieg ich! Den krieg ich! Den krieg ich! Nein, nein, nein! Willkommen Notshot! Oh nein! Ich würde verhauen! Ich würde verhauen! Und... Schon wieder! Warte! Hol mal einen anderen Brawler! Shelly ist auch ganz gut, wenn du willst! Shelly ist ganz gut! Cold sehr! Paul? Ja! Nice! So sieht einen aus! Ja! Das sind diese Kanonen! Weißt du? Man denkt, das wäre nubig! Aber das ist ja OPster am Anfang! Und die nächsten anderen nicht! So! Ja! Ähm! Hängt da fest! Schau mal! Asana hat mein Range! Man muss nur wissen... Diese sind ein bisschen stärker! Boah! Den krieg ich! Den krieg ich! Boah! Den krieg ich! Gut, dass du dich da versteckst! Hab ich gesehen, aber ja! Immer verstecken! Du kannst deine Teamkameraden sehen, aber nicht die anderen! Boah! Die krieg ich! Die krieg ich! Boah! Ich hab wieder raufgegangen, aber egal! Die krieg ich noch! Ja! Hab die! Hab den! Die sind OP! Machen wir nichts! Wenn du weiterspielst, Paul, dann wirst du ein bisschen stärker! Ja! Außerdem, wenn man hier drauf drückt auf diesen roten Ding, auf dieses rote Ding hier, einfach nur drauf tippen! Als wäre das so ein Knopf! Dann kannst du einfach einen, so einen abschießen, der dir einfach... also ist automatisch schießen nennt man das! Also da war es nicht dann! Was? Schon wieder! Ähm! Probieren wir uns vielleicht... als... ja... Okay! So! Nix mehr! Und! Bin bereit! So fällt der Brawler nicht erlaubt! Kannst du die Bären nehmen? Ich nehm... Barley ist ganz gut! Bin fertig! Yeah! Gefunden Spieler 6 von 6! Ja! PD! Wow! Bist du stärker als ich! Krass! Bäume! Ich mag es mit den Flaschen, weil die so giftig sind! Komm! Den krieg ich! Man braucht nur ne gute Takti! Ich hab mir jetzt nix kapiert! Aber da! Wenn sich viele an einem Ort aufsammeln! Wie zum Beispiel hier! Äh nein! Brauch ich! Noch nicht! Noch nicht! Shift! So! Bin immun! So krieg ich die! Ja! Die krieg ich wohl! Nice! Habt ihr gekriegt! Dias! 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 Die sind böse! Brrrr! Angriff! Da! Außerdem geht es glaube ich, dass wenn du so lange drauf drückst auf Schiff, kannst du da irgendwie immun gegen irgendetwas sein, glaub ich, oder Spaceman! Ja! Die haben gewonnen! Ja! Jo! Endlich! Hihihi! Ja! Achte Minute beim Aufnehmen! Ja! Macht nix! Zauber! Hm! Warte! Der, ähm, der am meisten Bräuer hat's, glaube noch stärker ist, der hat am höchsten Rang... Ja! Burly! So online! It's already! Team! Ich bin ready! Ich bin ready! Ich bin ready! Yo! So! Jetzt geht's los! Browsers ist wirklich krass! Da muss man wissen, Browsers ist eben sowas! Let's get speed! Sammelein! 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 Die kriege ich! Jo! Der hat dran... Äh, sieben! Das soll nimmstens besser sein gegen die OP-Spieler! Das hier ist ein kleiner Trick! Man sieht einen nicht! Kann sich in den Bischen verstecken! Aber dann geht's los! Die kriege ich! Boi! Oh, das war nice! Achso! Mit Immunität! So kriege ich die Boi! Lada! Karls Tipps! Wegen Karls Spiele-Tipps eben! Und jetzt geht's los! Ich habe den Super-Schuss noch! Und bitte! We are living in the Ellosomone. Oh ja, gut gemacht. Dann kann ich doch auch da mal laufen. Manchmal kapiert man auch nicht, wer sich auch bewegt. Manche bewegen sich ungefähr gleich und so. So, die kriege ich, die kriege ich, die kriege ich und Bumpi! Die kriege ich noch wohl! Dann kriege ich die irgendwann schon wohl! Die kriege ich wohl wohl! Was? Das ist schade. Hm. Nimm mal einen anderen Brawler. Hm. Welchen du willst? Das ist ein Springer. Okay. Stimmt. So. Ich bin bereit. Wow. Okay. 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 So. So, den krieg ich. Oh nein, ich bin draufgegangen. Schade. So, ich respawne wieder. So, den krieg ich. Komm. Komm, Paul. Mach das, meistere das. Wow. So, ich kann es nicht sagen. Ich kriege den Punkt. Okay. Sie sind jetzt in EOP. Die krieg ich noch. Dias, nein, nicht drauf gehen. Oh nein. Ach, krass. Schon wieder eine Niederlage, glaube ich. Ich weiß nicht. Oh, ja, die Zwei gewonnen. Nice. Ich kann auch, was soll ich nehmen, El Primo? Okay, nimm den, der mit Flaschen rumwirkt. Nein. Oder den, den du im Netz rumverwendet hast. Äh, ich kann vielleicht Call? Ja, nein, klar. Aber was ist denn, mit einem Sprung habe ich den Sieg verabschiedet? Ein, nur ein Sprung hat den Sieg bewertet. Nice, du bist Mr. PD. Nein, ich darf nicht drauf gehen. Oh Mann. Ach, bin ich dumm. Ich habe selbst einen Beeren, den ich... Kann ihn auch killen, nein. Ein harter Kampf. So, und den kriege ich, den kriege ich. Wie, boom. Oh nein. Oh nein, ich habe nicht gekriegt, nicht gekriegt. Einen Beeren! Ach, da jagen. Boah! Den krieg ich! Den krieg ich soft gekriegt! Oh nice! Hmmmm, Biu und Biu! Du bist da voll so! Okay! Ja, versteckt euch Leute! Wohl! Nein, ja nicht! Wohl, ich schieße auch ein bisschen! Ich kriege diese Dinger! Okay, dass sie sehr stark ist! Oh nein! Warte, ich hab ne Idee! Okay! So... Roller! Okay! Okay, ich bin... Bereit! Macht Spaß, oder? Wer kriegt's? Wow! Ist das OP! Baby! Wow! Was sind diese Dinger? Okay! Die krieg ich! Wohl, 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 wohl! Noch einmal! Und kriegen! Nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Supercell! Kenn ich doch! Nöö! Mööööö... Möööö! Oh, Gott. Raleigh ist ganz gut. Paul. Okay, Paul. Mach mal einen guten. Ja. Ich bin auch bereit. Mr. Felix. Wie Paulus ist das? Oh, ich krieg dich. Nein, nicht so weit range. Ja, dann krieg ich den. Hab ich doch schon fast gekriegt. Und krieg ich. Ich hoffe, ich krieg ein bisschen Dias. Äh, Juwel. Ja, ich krieg dich. Ja, ich krieg. Ja, ich krieg dich. Ja, ich krieg dich. Dias. 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 Nichts. Und ich... Ich kann mich noch gut verstecken, hoffe ich. Ich hab Dias. Ich hab... Ich hab Dias. 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 Ich muss meine Dias behalten. Ich hab Dias. Ja. Das hat man schon vorher. Yeah. Ja. Oh, schonmal. Hier hat sich jemand Yeah Boy genannt. Hm. Ja. Falsch geschrieben, aber ja. Chandrith herein. Ich bin auch bereit. Schau mal, was du dann da unten für so Dinger hast. Wie du da freischalten kannst. Also Welten. Spiele, besser gesagt. Ich hab schon Brawl Ball freigeschaltet. Oh nein. Ähm. Krieg ich den Boim, 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 Boim. Ich muss den auch kriegen, Boim, Boim, Boim. Ja. Gekriegt. Die krieg ich den krieg. Das ist eben so leicht mit El Primo. Ich muss ein paar Dias haben. Den krieg ich den krieg ich den krieg ich den krieg ich. Ja. Ja. Okay. Hier ist jemand bei uns. So. Den krieg ich den krieg ich. Seine Juwelen sind ein Wertstift. Ja. Du hast jetzt ein Held an deinem. Gut. Ja. Den krieg ich den krieg ich. Die krieg ich. Die krieg ich. Die krieg ich. Ähm. Ja. Kann ich eben kriegen. Eine Minute und 45. Schon 50 Sekunden nur. Krieg ich. Jawohl. Jo. Jo gekriegt. Jo gekriegt. Das müssen wir unsere Dias mehr halten. Jo. Jo. Wir haben gewonnen. Jo. 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 Ho. Jo. Jo. so ich will diesmal shelly du kannst jetzt einen superhelden wählen doch ganz so weit super hält so p gaming charlie Hätte ich in einer anderen Hölle müssen. Die hätte ich jetzt gebraucht. Ist denn auch irgendwann ein Bettwurst? So. Boom! Und boom! Ah ja, 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 Seite her. Boom! Wir haben gewonnen! Das hört man schon auf der Musik. Ja, ich war Starzspieler! Nice! Winning! Bis beim Endmenu. Okay. Hier habe ich... Colt auf jeden Fall. Mita! Showdown! Tschüss! So, dann wollen wir... Wer hier wieder? Ich nehme Colt vielleicht. Der ist schon ganz gut. Und da soll ich Barley nehmen. Der hat Power 4. Aber Sherry auch. Nur hat er einen Rang für. Warte, einen Barley. Ich nehme... Nice. Sieht fast wie ein Kellner aus. New Customers! Welt-Bruhler! Kannst du den nehmen! Mh... 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 Ich dachte, du nimmst super Welt! Bis früher! Mh... 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 Ich spiele das Ganze hier so... mit meistens Apps. Kann ich mit BlueStacks spielen, weil das für Windows und Web... Herberg sehr viele Apps. Und stopped gerne. Der Applaus! Der Applaus! Der Applaus! Der Applaus! Der Applaus! Ich ste drain dich! Ich steig dich! Ich steig dich dich! Ich steig dich! Oh? Ja! Den kriege ich, den kriege ich. Komm rein in den Busch. Ja, ich bin drin. So, regeneriere wieder. So. Ich kämpfe hier. Gut, Paul, komm in den Busch. Gut. Nice. So. Haben mich nicht bewegt, deswegen. Tschüss, Paul. Warum tschüss? Ich bin bei dir schon. Ich bin bereit. Offline, okay. So. High steps. Klo. Hmm. Braz. So, wie habe ich es nochmal gemacht? Das ist Teams Group. Golden. Wie ist es gerade? Ja. Nein. So. 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 Verlassen. Ist voll. Spiele ich mal Brawl Ball. Das ist das neueste. Paul hat das noch nicht. Ach nein. Ich konzentriere mich zu viel auf den Ball. So. 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 Krass, das sind schon OP-Spieler. Wo hab ich noch nicht so viele Tricks? Schreib mir eben in die Kommentare, wie das dann... Welche... ... diese Tricks ihr habt. Schon wieder gewonnen. Schon Rang A? Na ist... Hhhhhh... Ola! Buu! Du... Ganz viele... ... so... Diese Dinge kommen noch... ... wir schauen noch mal, wenn man die Leute sich... Und... Ach, ist der OP! Granitkugel. Was ist eigentlich mit diesen... Granitkugel-Dingern? Dich krieg ich. Ja, die sind ganz gut, auch bisschen beliebt. Da zeigt jemand drauf, dass jemand hier in dem Busch ist. Also, den kannst du ja sehen, wenn jemand in einem Busch ist. Glaube ich. Versuche ich mal. Ah, ich hab 10 Energie. Ich muss mich schnell irgendwo in einen sicheren Ort begeben. Damit ich den ersten Platz bekomme. Oh nein, oh nein, ich bekomme schon Schaden. Ein sicherer Ort. Schnell jetzt! Schnell jetzt! Wir brauchen einen sicheren Ort. Yes! Ich sag's! Also, jetzt war's. Das fürs Video euch auch. Bei euch hat es gefallen. Ich würde sagen, tschüss! Oh, das ist so gut! Ich newt's! Oh! Vielen Dank.